Hallo Christiane und Klaas von der Tantschule Chipschips Swinging Out. Den Move, den wir jetzt haben, wir nennen das ein Shoulder Catch im Swing Out, dafür brauchen wir mehrere normale Swing Out als Basis. Und dann passiert folgendes, ich zeige es euch mal vor. 5, 6, 7, 8, Rock, Step, Triple Step, 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 Triple Step, Rock, Step. Mehrere Swing Out. Dann ändern wir die Hand und haben diese Bewegung. Okay, was haben wir hier? Wir machen mehrere Swing Out. 2, 3, 4 gute Swing Out. Swing Out kann man ja gar nicht genug machen. Wir machen viele davon. Und wenn man dann die Swing Out gemacht hat, an irgendeiner Stelle, macht er wieder folgende Geschichte. Wir arbeiten jetzt mal dahinter. Mit Rock, Step, Triple Step. Und in dieser Position nimmt er wieder seine linke Hand und legt sie hier auf seine eigene linke Schulter. Da der Follower dort auch seine Linke Position vom Arm hat, ist es ein leichtes, diese Hand zu wechseln. In dieser praktisch Handshake Position mit der falschen Hand. von hier aus kann ich einen Outside Turn des Followers einleiten und mit die andere Hand nehmen. Von hier aus gehen wir in eine Back-to-Back Position, gefolgt von einem weiteren Outside Turn mit der Hand wechseln. Mit einem weiteren Hand wechseln. Noch einmal ganz lang. Wir haben einen Swing Out. Mit Rock, Step, Triple Step, Hand wechseln, Outside Turn, andere Hand, Rock, 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 Step, Back-to-Back und Outside Turn mit Hand wechseln. Alles zusammen. Wir machen eins Swing Out langsam vorweg und dann kommen wir in diese Bewegung. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht und eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht, eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht, eins, zwei, drei und vier und fünf und sechs und sieben. Und sieben und acht und eins, zwei und acht und eins, zwei und viel sieben und acht und eins, zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht. und eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht und eins, zwei, drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und eins, zwei. Mit Musik. Wir machen immer einen Finger vorweg und dann den Shoulder Catch. Und fünf, sechs, sieben und acht. Und jetzt geht's nochmals. Nochmal. Und sofort Shoulder Catch. Andere Vino. Und sofort Shoulder Catch. Und sofort Shoulder Catch. Und sofort Shoulder Catch. Und sofort Shoulder Catch. Untertitelung des ZDF, 2020